Die Nachrichten Berlin Eine Gruppe freiheitsliebender Menschen hat sich erdreistet, eine Talkshow und andere Talkformate auf den Weg zu bringen, um Meinungsfreiheit und Themenvielfalt in Deutschland zu fördern. Bitte schauen Sie diese Sendung nicht, schließen Sie kein Abo ab, kaufen Sie nichts im Shop und schicken Sie diesen Schwurblern keine Eurolinos oder Sets. Danke für Ihre Kooperation. Die Sendung nicht mehr Tage früher und ohne Werbung auf den Portalen schauen. Alle Sendungen kannst du auch als Podcast hören und check auch unseren Lerch, den du wie alles andere auch mit Bitcoin bezahlen kannst. Oder du schickst uns einfach so ein paar Euro Linus oder Satz, wenn du Bock auf weitere Sendungen hast. Uh, yeah, check unter der Seite fairtalk.tv, dort findest du alles auf einen Blick. Auf Augenhöhe. Wir sind zum ersten Mal in München und was gleich für eine Sendung, das Haudegen-Spezial Sagen, was Sache ist, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich kann es euch nur empfehlen und jetzt erst mal herzlich willkommen und ich freue mich auf die Fragen und Antworten aus dem Publikum. Guten Abend, hallo. Unsere Gäste am Tisch, Antje Hermenau, Kalle Schwensen, Nikolai Binner und Gerald Gross und die erste Frage aus dem Publikum, bitte. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei fairtalk. Ja, hallo, ich bin der Jan. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, auch vielen Dank nochmal für die interessante Runde und überhaupt auch vielen Dank, dass ihr oder sie so in der Öffentlichkeit steht und vor eurer Meinung einsteht. Das finde ich ganz großartig. Das war eine sehr gute Zustandsbeschreibung von dem, was wir seit vier Jahren jetzt hier erleben oder schon länger zum Teil, aber seit vier Jahren so massiv. Corona hat mich auch so richtig zum Aufwachen gebracht. Ich stelle mir die Frage, was steht dahinter? Gibt es ein Ziel? Gibt es da irgendwie eine Gruppierung von Menschen, die irgendein Ziel verfolgen? Was führen die im Schilde? Ist es das WEF vielleicht? Der Seehofer hat ja mal gesagt, die Leute, die was zu entscheiden haben, sind nicht gewählt und die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Das heißt, das wäre eigentlich eine Frage an die gesamte Runde, an den ganzen Tisch. Was glaubt ihr? Gibt es da irgendwie, wie gesagt, ein Ziel und irgendwie eine Gruppierung, die dahinter steht? Frau Hermenau, wollen Sie anfangen? Einladung zu Verschwörungstheorien. Also ich weiß aus praktischer Erfahrung in 25 Jahren, dass es in der Politik oft außerordentlich erratisch zugeht. Und dann ist immer die Frage, wer gerade mit wem einen Konjank schwenkt oder eine Zigarre raucht, jedenfalls oft. Aber meiner Meinung nach ist es doch schon seit ungefähr, naja, spätestens der Finanzmarktkrise 2009, in den internationalen Runden, an denen ich auch noch weit bis 2016 teilgenommen habe, in Thinktanks und so weiter. Sprechmehrersprachen ist immer leicht, mich einzuladen, das geht immer. Und da war eigentlich die alles bewegende Frage übergreifend immer, can democracies deliver? Und da haben wir diese Probleme schon besprochen. Da haben wir 2011 schon über Migration, Massenmigration gesprochen, ob das geht. Also die Frage war immer, kann die Demokratie liefern, wenn sich krisenhafte Zustände zuspitzen? Das ist die Kernfrage, die sich in den Thinktanks immer gestellt worden ist. Und aus meiner Sicht bräuchte es doch sehr starke Politiker, Persönlichkeiten, die in der Lage sind, auch in schwierigen Zeiten mit natürlicher Autorität zu führen. Und was wir haben, sind aber alles, naja, und nicht alles, aber ganz oft eben Leute, die haben sich sozusagen wie in der Verwaltung nach oben gedient. So könnte man das sagen und vergleichen. Und das ist eben nicht der Entscheidungsträger, sondern das ist im Prinzip derjenige, der die Entscheidung umsetzt, die andere getroffen. Also ich will keine Gruppe nennen, weil das, glaube ich, ist nicht angemessen. Aber es gibt jedenfalls in den Leuten, die genug Geld haben, um sich Zeit fürs Nachdenken zu nehmen, genügend Menschen, die weltweit seit 20 Jahren die Frage bewegen, können democracies deliver? Können Demokratien das überhaupt bewältigen, solche Probleme? Herr Gross, Sie hatten in der Hauptsendung gesagt, dass es darum geht, die Freiheit einzuschränken des Einzelnen. Und ist das gesteuert? Also so verstehe ich die Frage. Von einer kleinen Gruppierung? Oder ist das einfach ein Zeitgeist-Trend? Es ist die Allianz der Schwachen. Es ist die Allianz der Schwachen, die unabgesprochen mehr oder weniger, also nicht verschwörerisch, unabgesprochen auf vielen Ebenen funktioniert, um als Schwacher die Macht zu erhalten. Es ist mittlerweile eine kleine Minderheit. Dazu gesellt sich die Problematik, warum Allianz der Schwachen, Kollegin Hermenau hat es richtigerweise gesagt, weil wir seit mindestens 20 Jahren eine Herunternivellierung der Qualität unserer politischen Eliten erleben. Und das, was unter dieser Herunternivellierung gewollt oder ungewollt der politischen Eliten passiert ist, sind Schwache, viele Schwachen in allen Nationalstaaten, in allen Institutionen, die sich in Wahrheit durch auch verschiedene Krisen in die Höhe gespült hat und die sich wie ein unsichtbares Netzwerk unabgesprochen dennoch organisieren, um ihre Macht zu bewahren und daher gegen Kritiker vorgehen, alle nach dem gleichen System, weil sie am Ende instinktgetrieben reagieren, immer aus der Defensive heraus im sogenannten Abwehrkampf. Und das erleben wir. Heute sitzen wir in München. In München regierte einmal ein gewisser Franz Josef Strauß. Der Franz Josef Strauß hatte sehr viele Fehler, aber er war der unangefochtene Landesvater dieses Freistaates Bayern. Der brauchte den Titel Ministerpräsident nicht, um den Rock des Ministerpräsidenten zu versinnbildlichen und ihn zu tragen. Heute hast du in Wahrheit in der gleichen Funktion mit dem gleichen Titel einen hüllenlosen, manche sagen sogar charakterlosen, Opportunisten sitzen, den es nur durch Partei, in der nicht Regen hinaufgespült hat und der seine gesamte Autorität nur vom Titel des Amtes, aber doch nicht aufgrund einer Intellektualität oder einer tatsächlich gelebten Führungskraft ausübt. Und das sehen wir genau an diesem Beispiel. Und solche Menschen, die im Übrigen allesamt in der freien Bildbahn der Privatwirtschaft keine Chance hätten, diese Allianz der Schwachen schützen sich in Wahrheit unabgesprochen gegenseitig. Also nein, es ist nicht das WF, es ist auch nicht die WHO, auch wenn ich der Meinung bin, dass Gesundheitspolitik nationale Angelegenheit ist und keine transnationale, es ist nicht, es sind nicht die Echsenmenschen, es ist nicht die Ostküste, es sind nicht die Freimaurer, es ist nicht das gängige Klischee, wer sich aller verschwören kann, warum nicht? Weil es einen technischen Grundsatz gibt, eine Verschwörung, von der mehr als zwei Menschen wissen oder drei Menschen wissen, nicht hält. Dann wird die Verschwörung ruchbar. Also wenn ich mich heute mit Ihnen etwas verschwörerisch tätig bin und die Frau Hermenau, der Schwänzen, und du bist auch noch dabei, dann wird das nicht halten in diesem Kreis. Irgendwo sickert es heraus, die Verschwörung. Das ist der Grundsatz von solchen Verschwörungen. Daher, es ist tatsächlich die Regentschaft der Dummern. Da bringen wir es auf den Punkt. Herr Schwänzen, wollen Sie was dazu sagen? Ja, es ist eine schöne bei so einer Runde. Wir sind in vielen Sachen uns einig. Und hier habe ich genau das gegenteilige Meinung. Also meine Auffassung. Ich bin der Meinung, es ist eine, um dieses Wort nur zu benutzen, eine Verschwörung der wenig Mächtigen. Weil es sind so viele unterschiedliche Regierungen, so viele unterschiedliche Systeme. China, Russland, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Europa, Amerika, die alle dieses Corona-System aufgegriffen haben. Und die Welt und alle diese Staaten, so unterschiedlich sie im System sind, die haben alle zwei Probleme, die gleich sind. Nummer eins, die Bevölkerungszahl. Nummer zwei, alle Staaten sind verschuldet. USA wird nie im Leben wieder schuldenfrei werden. Die haben über 220 Billionen, Billionen. Die werden nie wieder schulden. Wir haben 24 Billionen Schulden. Die werden nie schuldenfrei kommen. Und es wird darauf hinauslaufen, meiner Meinung nach, so dieses chinesische System, dass sie haben eine Firma, sie sind überschuldet, sagen sie, okay, hat einen Wert von 200.000. Sie sind schuldenfrei. Sie arbeiten jetzt für den Staat, bekommen monatlich 3.000 Euro und alles ist okay. Und das Zweite ist die Weltbevölkerung. Bill Gates, ohne jetzt ihn dann als den bösen Buben hinzustellen, aber der hat schon vor, glaube ich, acht Jahren oder zehn Jahren gesagt, die ideale Weltbevölkerungszahl wäre 5,4 Milliarden. Da hatten wir aber schon sieben Milliarden. So. Und auch was die WHO anbetrifft, bin ich der anderen Meinung, sondern was vielleicht viele Leute hier nicht mitgekriegt haben in Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich total der WHO offiziell ausgeliefert. Es ist ein Gesetz ergangen, wenn die WHO, die nicht gewählt wurde, das ist eine private Organisation, die zu hohem Prozentzahl von Bill Gates abhängig ist, und wenn der Spenden gibt, dann können die zweckgebunden sein. Wenn er sagt, möchte ich, dass damit geimpft wird, muss für diese 5 Millionen oder 5 Milliarden geimpft werden. Und die WHO hat es durchgesetzt und unsere Bundesregierung, da muss ich mir vorstellen, diese 721 Abgeordneten, die Mehrheit davon, die haben namentlich zugestimmt, dass, wenn die WHO der Meinung ist, irgendeine Seuche, irgendeine Krankheit ist eine Pandemie, entscheidet einzig und alleine die WHO, ob und welche Läden hier geöffnet werden dürfen, ob und wieder geimpft werden müssen, ob es einen Lockdown gibt oder nicht. Das ist Fakt, das wissen die meisten Menschen nicht. So, und das sagt dann hier, die WHO hat eine Möglichkeit, all das zu organisieren. Und das sind wirklich wenige Leute. Und ich meine, was Geheimhaltung anbetrifft, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, es gibt auch dann, wenn das mehr als vier Leute etwas wissen, was geheim gehalten werden kann über einen langen Zeitraum. Das ist dann so. Und das wird bei anderen Sachen auch so. Nur da bin ich eben der Meinung, ohne jetzt spezifisch zu sagen können, Bill Gates oder wer oder wie auch. Aber dass das eine, und da ist das, ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hatte, mit Söder, ich kenne das ja auch, das Zitat, wo Söder sagte, die Leute, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und sie zu entscheiden, haben den Wert nicht gewählt. So, und da hat er 100% Dreck. Und das hat er gesagt als Minister. So, und das ist der Fakt. Und deswegen glaube ich denn hier, unabhängig von diesen ganzen Kriegen, die auf der Welt sind, Russland, Ukraine, Israel, Palästina, Sudan und, und, und. Dass es darum geht, den Leuten, die die Fäden ziehen, und das sind die Leute, die einfach die Macht haben, die die Industrie haben, die die Technologie haben, all diese ganzen Geschichten, dass die mehr Macht haben als irgendein Joe Biden, der sich von alleine gar nicht mehr auf dem Bein halten kann. Das ist ja wohl jedem klar, dass der nicht mehr derjenige ist, der das weiße Haus beherrscht, sondern es sind andere Leute. Und ich glaube da eben, dass es die Macht einer wenigen Personen sind, die ein Spiel spielen, das perfide ist, was unglaublich scheint. Aber wir haben auch gedacht, diese ganze Geschichte, die wurden als Verschwörungstheorie hingestellt, die gesagt haben, diese ganzen Pandemie, diese ganzen Maskengeschichten ist Quatsch. Heute wissen wir, dass die Regierung das angeordnet hat, uns klein zu halten, uns die Masken aufzuzwingen, obwohl RKI gesagt haben, es ist schon lange keine hohe Sicherheitsstufe mehr. Also das ist meine Meinung. Aber das ist ja das Schöne, dass man sich so austauscht. Man ist viel altes, und das finde ich ist gut, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, weil das ist Demokratie. Dann brauchen wir jetzt noch die Meinung von Nikolai, wenn er eine hat. Ja, habe ich. Ich glaube, ich meine, guck mal, es gibt ja ein Kartellamt zum Beispiel, und das ist ja dafür da, um Verschwörungen in der Wirtschaft aufzudecken. Und ich glaube halt, das Problem ist so, dass das Kartellamt halt dem Kartell gehört und dass es halt noch etliche Ebenen halt drüber gibt. Also wenn sich schon Leute in der Wirtschaft miteinander verschwören und dass man ein Amt braucht, um das zu unterbinden, warum soll es dann in den Ebenen drüber und drüber und drüber nicht auch Verschwörungen geben? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also deswegen glaube ich schon, dass es Verschwörungen gibt. Zum Beispiel, es gab Bilder, ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben, zum Beispiel, es gab ja Bilderberg-Meetings. Und die wurden auch, Bilderberg, die Bilderberg-Meetings, die wurden ja lange geheim gehalten. Warum muss man so das überhaupt geheim halten? Und also es konnte sich eine ganze Weile lang die Finanzelite und wer auch immer da noch dabei war, treffen, ohne dass es jemand mitgekriegt hat. Warum musste man das überhaupt geheim halten? Was wird bei diesen Meetings besprochen? Und vor allen Dingen, wenn die Leute alle extrem mächtig sind, die sich da treffen und was besprechen, dann haben die wahrscheinlich auch dementsprechend viel Auswirkung dann auf das, was dann irgendwie in der Politik und in der Welt passiert. Sonst würden sie sich, glaube ich, nicht treffen. Also das wäre so mein Gefühl dazu. Noch eine Sache. Ich meine zum Beispiel, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, zum Beispiel Jeffrey Epstein. Der Typ, ja. Ich meine, jeder weiß, dass sich der Typ niemals selbst erhängt hat in dieser Zelle. Ja, oh, plötzlich gingen die Kameras auf einmal nicht mehr. Oh, auf einmal waren die Sicherheitsleute nicht mehr da, die das überwachen sollten. Alles Zufall oder was? Natürlich nicht. Bis heute weiß man nicht, was ist eigentlich passiert. Die Fragen werden auch nicht mehr wirklich gestellt. Und es wird auch nicht weiter verfolgt. Also meiner Meinung nach gibt es da garantiert auch eine Verschwörung dahinter, die man versucht halt natürlich irgendwie geheim zu halten, weil dann ganz viele Köpfe rollen würden. Entschuldigung, wenn ich das einmal sage, da möchte ich einmal gerade ein bisschen Werbung machen. Ein After Dark mit Tayeh Choudhury geradezu gemacht, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, genau über Epstein. Ja, und also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es diese eine gigantische Weltverschwörung gibt, aber ich glaube, es gibt halt vereinzelte Verschwörungen von sehr, sehr mächtigen Leuten, die halt sehr reale Konsequenzen dann haben. Zum Beispiel auch, wenn man sich mal anschaut, es gibt diese C30-Städte vom World Economic Forum. C40. C40? Ups. Sind schon C40. Okay, dann C40-Städte. Die emissionsfreien Städte. Genau. Und das sind ja fast alle Großstädte auf dieser Welt drin. Werbung. Also wurde Rathor Werbung für ein Produkt zu machen, ist ja immer so eine Sache. Aber als ich gefragt wurde, ob ich für diese Hörner Stifte hier Werbung machen möchte, habe ich gesagt, klar, ich nutze die ja und ich finde die super. Die sind funktional, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die sehen gut aus und vor allem, es macht wirklich Spaß, mit diesen Stiften zu schreiben. Und ich liebe es nach wie vor, trotz Chat-GPT und all der digitalen Möglichkeit, auf Papier zu schreiben, mit einem guten Stift. Von daher, ich nutze diese Stifte sehr gerne. Hörner unterstützt das Projekt Fairtalk. Wenn ihr Hörner unterstützen möchtet und damit indirekt Meinungsfreiheit und Themenvielfalt fördert, dann wird für alle ein Schuh draus. Also, Empfehlung von mir, schreibt mal mit so einem Stift, macht wirklich Spaß und bis ganz bald an dieser Stelle. Wird auch geplant, dass die Leute in diesen Städten dann halt kein Fleisch mehr essen können, dass die Leute sich nur eine gewisse Anzahl an Kleidungsstücken kaufen können, dass sie nur noch alle zwei Jahre irgendwie so eine absurd geringe Zahl fliegen dürfen, 1200 Kilometer oder sonst irgendwas. Und ich meine, wenn man das alles koordinieren will, international, irgendeiner muss ja dahinter stehen. Und er hat ja schon gesagt, wurde nicht gewählt, das World Economic Forum wurde nicht gewählt. Warum können die jetzt plötzlich so was durchziehen? Oder warum können sie überhaupt die Vorschläge machen, dass das durchgezogen werden soll und darauf hinarbeiten? Und dann noch um eine allerletzte, ein Minipunkt, auch NATO zum Beispiel ist, das war doch dieser Generalsekretär, der erste Generalsekretär der NATO, der gesagt hat, die NATO wurde gegründet, um den Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Das ist ein Originalzitat von diesem ersten NATO-Generalsekretär. Ich meine, da hat er ja wortwörtlich gesagt zum Beispiel, wofür die NATO zumindest damals gegründet wurde. Und also glaube ich schon, es gibt Mächte im Hintergrund, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so eine Person, aber die sich halt treffen und Dinge beschließen. Nennen wir sehr Interessen im Hintergrund. Herr Gross, also ich merke gerade, hier entwickelt sich eine eigene Sendung, aber danke für den... Es gibt... Endwort. Selbstverständlich gibt es Menschen, die demokratisch nicht legitimiert sind, keine verantwortlichen Funktionen haben, die versuchen, sich in nationalstaatliche Angelegenheiten einzumischen und ihr Konzept einer anderen Gesellschaft darzubringen. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, die gibt es. die sind aber auch nicht verschwörerisch tätig, möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen, sondern ich mag es relativ offen. Und jetzt nenne ich Ihnen ein Beispiel. Viktor Orban führt seit Jahren einen erbitterten Widerstandskampf gegen den George Soros. Und zwar nicht, weil der George Soros ein Jude ist, das glauben nur wir immer, dass das quasi der antisemitische Kampf des Viktor Orban ist. Die größte Gemeinde in Europa, die im besten friedlichen Land lebt, die jüdische Gemeinde, ist im Übrigen die Budapester, weil die hat dort keine Islamisten, die einem den Kopf abschneiden will. Der führt einen erbitterten Widerstand gegen einen dieser, der als Verschwörer dargestellt wird. Jetzt war aber der Viktor Orban ausgerechnet jener, der über zwei Jahre die strengsten Corona-Maßnahmen in Osteuropa angeordnet hat. Jetzt frage ich mich, der Viktor Orban, einer, der Merkel massiv kritisiert hat und die ganze Zuwanderungspolitik der Europäischen Union zutiefst ablehnt, Bushbacks macht und die Europäische Union so kritisiert, dass er es am liebsten auflösen möchte. Auf der anderen Seite hat er zwei Jahre lang die strengsten Corona-Maßnahmen durchgeführt. War es eine hoppertatschige Verschwörung? Herr Schwänzen, ich weiß, dass für viele Menschen manche Problemfelder und manche Sehrens und manche Realität nur schwer verkraftbar ist. Ich bin noch immer der Meinung, dass die einfachste Antwort manchmal die richtige Antwort ist. Ich bin wirklich der Meinung, dass wir es mit Vollidioten teilweise zu tun haben. Ich bin der Meinung, dass wir es mit Abhängigen zu tun haben, mit ökonomisch Abhängigen zu tun haben, mit Dummen, die in die Macht gekommen sind, die Macht nicht mehr aufgeben wollen. Ich bin der Meinung, dass wir qualitativ politische Eliten haben, die nicht einmal den Weg zum Hartz IV finden würden, wenn man ihnen nicht eine Wegbeschreibung mitgeben würde, weil sie das Hartz IV nicht einmal buchstabieren können. Ich bin der Meinung, dass es Mächte gibt, die gibt es, die sind relativ offen unterwegs, die versuchen auf Regierungen Einfluss zu nehmen, obwohl sie keine demokratische Legitimation haben. Aber ich widerspreche zutiefst, dass sich diese tausenden Leute, tausende Leute, 250 Regierungschefs, 250 Staatschefs, ca. 200.000 Regierungsbeamte weltweit, die UNO, die WHO, Berlin, Wien und alle Idioten, die wir kennen, eine Verschwörung durchgeführt haben. Warum? Weil dann hätten sie sich alle da drüben in der Olympiahalle treffen müssen. Das hätten wir aber alle gesehen. Also eins ist richtig, die Regierungen haben immer einen ins Minenfeld geschickt, der ging nach vorne mit einer Maßnahme und wenn die Bevölkerung das geschluckt hat, haben die anderen Regierungen es alle nachgemacht. Es gab immer einen Minenhund. Das war schon wie abgesprochen. Die Regierungen der Länder haben sich dann in Corona-Zeiten besser miteinander verstanden. Ich habe es doch vorhin eine Frage bekommen, ja, zu dem Thema draußen. Sie haben aber, die Regierungen sind sich näher gekommen, aber der Faden zwischen der Regierung und den jeweiligen Bevölkerungsabgriffen dabei. Entschuldigen Sie bitte. Nein, nein, kein Problem. Das ist Leute wie Viktor Orban gehen, die gegen den Strom der EU schwimmen. Gibt es immer, gab es immer. Das ist ja auch klar. Fakt ist aber auch, dass sie keine 1.000 oder 10.000 Beamte brauchen denn hier, um irgendetwas zu organisieren. Es genügt, wenn dann Olaf Scholz schweigt zu dem, was der US-Präsident sagt, wenn er sagt, Nord Stream 2 wird es nicht geben. Da kommt keiner von den 1.000 Beamten und sagt, wieso wird das nicht ermittelt? Sondern die nehmen das so hin, 1.000 wird es nicht geben und wenn dann in die Luft gesprengt wird, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir müssen mal ermitteln. Das hat uns doch der US-Präsident vorhergesagt. Ist aber keine Verschwörung. Bitte? Ist aber keine Verschwörung. Ich will mich jetzt nicht an dem Wort Verschwörung aufhalten. Der ukrainische Staatspräsident Zelensky wollte Europa von der russischen Energie gemeinsam mit den Amerikanern abpuppen, weil die Amerikaner ihre Flüssiggasreserven nach Deutschland verkaufen wollen. Der deutsche Bundeskanzler ist ein abhängiger, feiger Mensch, ohne im Übrigen eine Bedächtnis. Das ist kein Ministerial. Das ist kein Verschwörung. Da brauchen Sie keine Beamten in unserem Abitab. Wir sind 84 Millionen Menschen und wir sind die größte Volkswirtschaft hier in Europa. Und trotzdem hat unser Führer einen Mann, der sagt, nein, wir machen nichts. Da brauchen Sie keine anderen Leute. Der Mann, der wird geleitet. Punkt. Ende. Und das genügt. Und alle anderen Leute brauchen Sie. Sie müssen nicht 1.000 Leute, sondern Sie müssen maximal 250 Staatschefe in irgendeiner Form unter Mut kriegen. Und das ist nicht so schwer. Da gibt es ganz andere Systeme, die das in einer anderen Form machen. Und da gibt es so viele Beispiele, so viele Beispiele dafür, dass das funktioniert. Dass es einfach funktioniert. Die Leute machen das. Bestes Beispiel, das Ding mit der WHO. Das ist Fakt. Das wissen die Leute. Sie können nachgucken im Google. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Oktober letzten Jahres oder dieses Jahr im Mai, wo diese Abstimmung war im Bundestag. Und Frau Baerbock, Herr Habeck, Herr Scholz sind extra nicht zur Abstimmung gekommen, damit Sie später nicht sagen lassen müssen. Wir haben namentlich dafür gestimmt. Aber das ist Fakt. Die WHO entscheidet in dem Augenblick, wo Sie sagen, war ja von kurzem wieder so ein Fall, wo man dachte, na ja, das könnte eine Pandemie werden. Wenn die sagen, es ist eine Pandemie, dann haben wir keine Hoheitsrechte mehr. Weder Herr Scholz noch sonst irgendjemand. Sondern hat es freiwillig, die Bundesregierung hat es freiwillig in die Hände der WHO gegeben. Ob Sie das wahrhaben wollen, das klingt schon verschwörerisch. Das klingt verschwörerisch. Österreich hat den Pandemievertrag nicht zugestimmt. Bitte? Österreich hat den Pandemievertrag nicht zugestimmt. Aber wir haben es, und das ist so das Problem, es gibt immer Leute wie Orban, wie Österreich, die sagen, wir machen das nicht mit. Aber letztendlich ist diese Gesamtgeschichte alles, dass sie werden nie irgendeine, in jeder, auch anderen Organisation, die jetzt nicht unbedingt vom Volk gewählt sind, ist es so, dass es Leute gibt, die andere Meinungen haben, was da häuptlegen. Ja, das gibt es so. Und dass es vielleicht die Möglichkeit ist, dass die deutsche Bundesregierung gemerkt hat, dass ihr die gesamte Corona-Politik aus ihrer eigenen Dummheit angetrieben, RKI-Fails beweisen sie ja, auch mutwillig, Vorsatz, Fahrlässigkeit, was auch immer, entglitten ist, ihnen politisch wehtut, die wollen, verlieren sie. Und daher dieses ganze Pandemie-Thema, wie eine heiße Kartoffel, an eine übernationale Ebene schiebt. Die haben da gar kein Einzelnen, sondern meine Meinung. Wir haben zum Beispiel die Schuldenpolitik. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die ganzen Nationalstaaten leiden in Wahrheit ständig darunter, dass sie Steuern erhöhen müssen, dass sie ihre Budgetlöcher stopfen. Also sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, Maastricht-Kriterien europaweit einzuräumen, einzuziehen, damit sie dann in ihrem Wahlkreis sagen können, die EU hat uns gesagt, dass wir ein Sparpaket machen müssen. Vielleicht ist das nicht eine Verschwörung, vielleicht ist das nur Dummheit und Feigheit. Ich möchte nur das immer ins Treffen führen. Nein, das will ich dazu sagen. Na klar, wir müssen nur gleich das Format umbenennen in eine Frage und eine Antwort. Ich möchte nur dazu sagen zu einem Schuldenpaket. Die größte Lüge, die abgewichsteste, fräckste Lüge ist das Sondervermögen von 100 Millionen. Was verstehen Sie unter einem Vermögen? Vermögen ist ein Guthaben. Und die ganze Welt, wo Scholz und alle sagen, wir machen ein Sondervermögen, das sind Sonderschulden. Und die ganze Presse sagt nichts dagegen. Da kriege ich so einen Hals. Ja, das ist eine klare Lüge. Und die Leute lassen sich nicht. Und das ist, wo ich meine, wo die Presse, wo die sogenannte freie Presse, total versagt, anstatt da zu sagen, hey, wo ist denn das Vermögen? Das sind Sonderschulden. Herr Schwensen, das ist auch keine Verschwörung. Die freie Presse ist abhängig von der Medienförderung und den Inseraten der großen Konzerne, die an der Regierung hängen. Das ist, was ich sage. Nein, das nennt sich auch nicht Verschwörung. Das nennt sich Abhängigkeit. Wissen Sie, warum ich das sage? Wenn du das System und die Hüter dieses Systems kritisieren willst, dann musst du in deiner Formulierung, um deine Schlagkraft zu erhöhen, intellektuell redlich sein. Ich möchte niemals im Fahrwasser der Echsenmenschen schwimmen. Warum? Weil wenn ich in dem Fahrwasser schwimme, fragt mich jeder, ob er jetzt grenzenlos deppert worden ist und mich entmündigt. Dann wäre ich genau noch die zwei Prozent von Echsenhörigen anderen Kritikern treffen, aber nicht die breite Masse, die ich aufklären will. Daher sage ich immer, auch in der Kritik, intellektuell redlich. Und ich bin nicht fair im Ton. Also ich habe gerade die Idee, wir machen diese Sendung zur Hauptsendung. Aber dazu noch ein Ding, wie man es nennt. Opferschwörung, ich bringe hier eine kleine Geschichte aus meinem zarten Kind. Also im zarten Alter von zwölf Jahren kam ich nach Hamburg. Große Schule, neun Klassen, mal drei ABCs, sind 27 Klassen gewesen, paar hundert Schüler. Ich kenne niemanden, der heimlich auf der Toilette geraucht hat. Sondern jeder, der rauchte, wollte cool sein, im Beißen der anderen durch die Nase ausruhen, Ringe pusten und alles. Was habe ich gemacht? Die Turnhalle ist mein Revier. Die durften in den Pausen, durften die hin, mussten 20 Pfennig bezahlen, dann durften die Rocher rauchen. Jetzt habe ich gesagt, ich habe ihnen das ermöglicht. Andere sagen, das war Schutzgeld. So, das ist eine Frage der Interpretation. Aber das habe ich gemacht mit 13. Ich habe in zwei Pausen, in zwei Pausen am Tag, mehr Geld verdient, als die anderen in der Woche am Taschengeld gekriegt. Sie waren schon immer sehr talentiert. Ich habe in der AP-P-Pasie gemischt. Ich wollte nur sagen, der eine sagt so, oder andere sagt das so. Ich habe nur gesagt, ich ermögliche ihnen, hier zu rauchen. Ich gebe ihnen ein Rente. Und habe aufgepasst, dass sie mir in der Lehre kommt. Im Ergebnis, im Sezieren des Ergebnisses, sagen wir eh ident. Ich bin nur der Meinung, dass es auf dem Weg dorthin andere Mechanismen gegeben hat. So, und jetzt bin ich gespannt auf die nächste Frage. Hier in München. Guten Abend, herzlich willkommen bei Fairtalk. Ja, guten Abend. Ich bin der Oliver. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Und ich habe mir die Frage extra aufgeschrieben, damit es nicht zu lange dauert. Und es tut mir auch leid, dass ich das Mikrofon die ganze Zeit da vollgeschwitzt habe. Also den Nächsten, der das bekommt, herzlichen Glückwunsch. Und zwar, ich habe mir immer gedacht, das, was Nikolai gesagt hat, da bin ich ganz in Resonanz mitgegangen, nämlich wir sollten alle versuchen, in die volle Verantwortung für unsere fünf Schlüsselgebiete zu gehen. Also mein Körper, mein Ort, mein Handeln, Worte, Präsenz und wie ich meine Aufmerksamkeit verbringe. Und dann kann ich nämlich in meine eigene Kraft kommen auf Dauer und andere dann dazu einladen, an meinem tollen Leben dann teilzuhaben. Und ich glaube, nur so kann ich auch wirklich dafür sorgen, dass andere auch wirklich dann interessiert sind zu sagen, so, sag mal, du hast dich irgendwie verändert. Was ist denn eigentlich los? Was hast du eigentlich gemacht? Und dann kann ich Leute auch inspirieren, vielleicht was zu ändern an ihrer jetzigen Situation, wenn sie unzufrieden sind. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich finde es schön, dass es sowas wie Fairtalk gibt, wo man wirklich die Leute auch ausreden lässt, und eben nicht sagt, können wir das mal einordnen, bitte? Ich brauche da ein Hintergrundwissen. Es gibt kein schädliches Wissen. Ja, ich möchte ja keine Einordnung. Ich möchte einfach ein paar Perspektiven hören, weil das habe ich eben sonst nicht, sonst kann ich auch gleich ARD schauen. Und meine Frage wäre an den gesamten Tisch, sollten wir nicht, statt nur zu provozieren und anzuklagen, wo ich Nikola zustimme, es macht echt Spaß, aber abgesehen davon, dass es Spaß macht, wir sollten eigentlich nicht mit gleicher Münze zurückschlagen, sondern wir sollten, statt zu provozieren und anzuklagen und zu streiten, wirklich aufrichtiges Interesse an der Position und vor allem den Emotionen unseres Gegenübers haben, weil nur dadurch können wir dann auf Dauer Brücken bauen und auch Wunden heilen, falls welche vorhanden sind. Und ich bin mir sogar sicher, dass da einiges vorhanden ist. Sollten wir nicht einfach sagen, wir lassen den anderen reden und wir versuchen wirklich aktiv zuzuhören und zu verstehen, was will uns dieser nervige Sack da eigentlich sagen. Weil er hat ja einen Grund, warum er da so energisch ist. Und dann wirklich zuhören, verstehen und danach einfach intuitiv, wenn er wirklich fertig ist, wenn er wirklich ausgesprochen hat, dann einfach zu überlegen, okay, direkt nächste Frage und wieder zuhören. Und ihn einfach mal sprechen, sprechen, sprechen lassen. Und vielleicht merkt er sogar irgendwann, während er selber mit sich argumentiert. Und ich stelle ja eigentlich nur Fragen und höre zu und biete ihm diesen Resonanzraum, den er vielleicht sonst nicht bekommt, dass er eben sagen kann, Moment mal, irgendwas stimmt da eigentlich nicht in meiner Argumentation. Eine gewisse Logik braucht nämlich selbst jemand, der, sag ich mal, ein bisschen gespinnert ist. Vielleicht ist das die Lösung. Hast du dir das echt alles aufgeschrieben? Naja. Das Gröbste. Aber ja, ich glaube, meine Kernfrage ist angekommen, oder? Ja. Liebe Community, digitale Kommunikation mit gesichert geschützter Privatsphäre ist heutzutage extrem wichtig. Deswegen möchten wir euch heute eine echte Alternative aus der Schweiz vorstellen. Telegard. Telegard funktioniert ohne Registrierung und Nutzung der personenbezogenen Daten und ist somit komplett anonym. Es findet keine Speicherung der Chatverläufe auf den Servern statt. Die Nachrichten werden nach Zustellung sofort von den Servern gelöscht. Und die Kommunikation ist hochverschlüsselt. Die Mission von Telegard ist es, einen sicheren und geschützten Raum im digitalen Umfeld zu schaffen, ohne Tracking und ohne jegliche Form von Kontrolle und Manipulation. Wir finden, das solltet ihr wissen. Und das ist nicht alles. Ihr könnt jetzt ab sofort Themen, Gästevorschläge, Kritik und Anregungen auf unsere persönliche Telegard-ID Fairtalk schicken. Ach ja, ihr findet Telegard übrigens in allen App-Stores. Vielen Dank für diese wunderbare Frage, die ich sehr unterstütze, weil sie für mich genau in die richtige Richtung geht. Aber liebe Frau Hermenau. Ja, man muss ins Konstruktive kommen am Ende. Das ist schon richtig. Die Frage ist, an welcher Linie beginnt das Konstruktive? Wir hatten heute schon mal im Laufe der Sendung die Diskussion, was es braucht und wie das geschieht, dass etwas beendet wird, was man nicht mehr erträgt. Ich habe das am Beispiel damals von 1989 versucht zu erläutern. Am Anfang waren da im August ein paar Hanseln auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig. Die sind nach dem Montagsfriedensgebet auf den Kirchplatz gegangen und haben da noch eine Demo abgezogen und wollten eigentlich vor allen Dingen in Marlboro-Rauchung, VW fahren und in den Westen fahren. Das war sehr übersichtlich. Und dann kamen aber andere und sagten, nee, wir wollen eigentlich viel mehr. Wir wollen noch das umgestalten. Wir hätten jetzt auch gerne mal Schluss mit diesem demokratischen Zentralismus, dieser SED-Diktatur. Das gehört aber nicht zu meiner Rede. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen mehr. Und so ist das dann aufgewachsen. Und schon zwei Monate später standen 80.000 auf der Matte. Das war also im Prinzip in sechstlicher Leipziger Bevölkerung. Und noch zwei Wochen später war die halbe Stadt draußen. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, man kann in einzelnen Gesprächen immer versuchen, mit Zuhörern anderen die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, dass sie einen Scheiß labern. Das kann man sich leisten, zeitlich, wenn man das drauf hat, und menschlich alles machen. Das Problem beginnt in dem Moment, wo man einer ganzen Gruppe gegenübersteht, die sich gegenseitig jeden Abend besoffen. Quatsch, wie toll sie sind. Da haben sie ein Problem, weil die interessiert gar nicht, ob sie zuhören oder nicht. Das ist denen wurscht. Die wollen nur bestimmen. Also diese feine Grenze zu erspüren, wäre die Voraussetzung für dieses Verfahren, das Sie gerade vorgeschlagen haben. Ansonsten gilt, man muss mal wegputzen, was einen wirklich nervt. Und dann kann man entscheiden, was man neu baut. Wir machen es ja demokratisch. Wir reden ja über Wahlen. Der Ossi hat übrigens ganz demokratisch weggeputzt. Der hat gewählt. Die Frage ist nur, ob das noch in der Form möglich ist. Ich erinnere mich an diese Bauernproteste. Die werden wiederkommen. Ja, aber eine Woche später war das plötzlich relativ geschickt umgelenkt. Das war eine Verschwörung. Das war wirklich eine. Korrektiv bereitet das vor. Und dann gehen die ganzen Funktionäre von den Grünen, den Linken und der SPD hin und melden eine Demo gegen rechts an, ganz diffus. Das war eine echte Verschwörung. Das stimmt. Die könnte man mal schön minutiös aufbauen. Aber die Bauern kommen wieder. Die haben gesagt, wenn die Ernte rein ist, fahren wir wieder raus. Das war im Übrigen auch keine Verschwörung. Sondern das war... Das war eine politische Strategie mit Abhängigen. Boah, ist ja noch schlimmer. Das ist ja logisch. Das ist... Lernst wie in jeder politischen Kommunikation, wenn du ein schreckliches Thema hast, das dir weh tut, versuch es durch ein anderes abzubringen. Das Schlimme ist, dass in Deutschland Medien mitmachen bei der Nummer. Die eigentlich das sogenannte Korrektiv... Das tatsächliche Korrektiv der Regierenden sein soll. Aber jetzt zu Ihrer Frage oder zu Ihrem Appell. Schauen Sie. Ich habe es heute schon einmal gesagt. Die für mich spannendsten Gespräche sind und waren und werden auch immer sein dort, wo ich einen anderen Standpunkt als den meinen höre und im besten Fall sogar daraus lernen kann. Weil ich der Meinung bin, dass auch meine Medizin nicht die richtige ist, vielleicht. So großzügig bin ich. Und schon am Formattitel übrigens großzügig. Ja. Das ist eine gute Idee, wer das ist, der Fellnerei-Vorschlag. Aber schauen Sie. Und daher halte ich das für sehr wichtig. Ich habe jetzt nicht diesen mediativen Charakter, den Sie haben. Sie sind ja da wie fast Luther gestanden und haben gesagt, wir müssen die Wunden unserer Gegner heilen. Also so freundlich bin ich nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Nein. Aber die Grundvoraussetzung für ordentliche Diskussionen und ich freue mich über jede ordentliche Diskussion. Ich habe noch nie eine Diskussion gescheut. Ich habe noch nie jemanden aus einer Diskussion ausgeschlossen. Ist ein anderer Standpunkt und das Verständnis, zumindest einen anderen Standpunkt zu hören und nachzuvollziehen, warum es ihn gibt oder warum es ihn nicht gibt. Und das versuche ich mir beizubehalten. Ja, also ich fand das mit dem, die Wunden des Gegenübers zu heilen jetzt vielleicht auch ein bisschen zu krasser Anspruch. Ich habe das Gefühl, darf ich dir eine Frage stellen, kann es sein, dass du aus Radical Honesty oder Ehrlichen mitteilen oder irgendwie aus der Richtung kommst oder gar nicht? Ich habe es auch nicht richtig verstanden, aber ich meine, ich habe gehört, du hast versucht, viel zu lernen oder ich? Ja, ich habe versucht, mich viel zu beschäftigen. Also er versucht, sich viel zu beschäftigen mit allen möglichen Themen. Okay, um das mal zu beantworten. Ich meine, die Comedy, die ich mache, ist meiner Meinung nach für alle. Deswegen, ich bin früher, bevor ich diese Hausverbote hatte in Berlin, ich bin auf etlichen Open Mics aufgetreten und da waren, das waren teilweise in linken Häusern, wirklich in der Rigaer Straße, also wirklich hier, so man kennt es vielleicht. Und ich habe eigentlich überall, wenn die Witze wirklich gut sind und ausgewogen geschrieben sind und viele Gags drin sind, dann funktionieren die überall. Dann kann ich Witze über Transen machen und dann lachen darüber Linke, darüber lachen Konservative und Recht und darüber lacht die Mitte und wenn ein Witz gut ist, dann lachen einfach alle drüber meistens. Du hast immer so ein paar Leute im Publikum, die eine Fresse ziehen, aber das gehört dazu. Die sitzen meist in der ersten Reihe. Die gibt es immer und das ist einfach Teil von Comedy. Du kannst nie alle immer zufriedenstellen. Ich finde aber schon, dass es halt auch einfach sehr spaßig sein kann, zu provozieren. Nicht der Provokation unbedingt. Na doch, vielleicht auch schon ein bisschen der Provokation halber. Weil ich glaube, Provokation ist gar nicht unbedingt was Negatives. Es kann auch was sehr Wertvolles sein. Leute einfach an einem Punkt zu bringen, wo sie merken, okay, krass, er hat jetzt ein Thema berührt, das triggert mich krass. Und weil in dem Moment, in dem du jemanden triggerst oder in dem Moment, in dem du so eine etwas unbewusste Reaktion in ihm provozierst, gibst du ihm auch eine Chance, da hinzugucken, wo er vielleicht normalerweise nicht hinschaut. Und ich habe das Gefühl, dass interessanterweise besonders bei Linken, merke ich, dass die manchmal komplett perplex sind, wenn sie feststellen, dass du nicht links bist. Also das können die sich so gar nicht vorstellen. Die reden über irgendwas und du sagst dann eine Meinung, die wirklich das komplette Gegenteil ist. Und dann ist für die so, also du merkst, manchmal braucht es zwei, drei Sekunden, bis sie diesen Schock verarbeitet haben, dass du gerade eine komplett andere oder ihnen entgegengesetzte Position geäußert hast. Und das ist zum Beispiel eine voll wertvolle Provokation, weil die in dem Moment wieder so ein bisschen so einen Reality-Check kriegen. So, hey, es gibt auch noch andere Menschen auf diesem Planet, die nicht genauso denken wie ich. Und manchmal provoziert man auch, glaube ich, einfach komplett unfreiwillig. Also, oder ohne Intention. Für manche Leute ist es komplett, für manche Leute ist es provozierend, wenn ein weißer Mann irgendwie einer Frau irgendwie erzählt, wie sie was zu machen hat oder so. Es gibt ja voll viele Definitionen von was ist provokant, für den einen und für den anderen. Also, um es jetzt abzukürzen, um fertig zu machen, ich glaube, man muss nicht immer zwangsläufig die 24-7 immer nur provozieren. Aber ich glaube, es darf auch Teil sein. Und ich finde es vor allem gut, wenn es beide Seiten provoziert. Deswegen macht mir Comedy am meisten Spaß, wenn sich eigentlich alle ein bisschen aufregen. Herr Schwenzer, ich habe Sie so verstanden, dass Sie schon auch irgendwie mit Ihrem Freundeskreis recht freundlich umgehen. Ja, natürlich, dafür sind es ja Freunde. Ja, aber auch die anderer Meinungen fahren. Ja, das meine ich ja. Jeder hat das Recht auf eine freie Meinung. Ich verlange von denen auch nicht, dass sie meine Meinung übernehmen. Ich hoffe, dass sie darüber nachdenken und zu dem gleichen Ergebnis kommen. Das ist dann schön. Aber wenn es nicht ist, ist es trotzdem mein Freund. Das ist genauso, wenn Sie mich zum Essen einladen in ein Restaurant, wo ich nicht mag, suche ich mir irgendeine Speise, die ich essen kann. Und dann sage ich, das ist okay. Aber wenn ich das akustisch richtig verstanden habe, sagte der Herr oder fragte, warum man sich nicht einfach den anderen gegenüberstellt und zuhört. Das ist aber das Problem ist, dass oft die Gegenüber den Leuten nicht zuhören. Die Leute, viele Leute versuchen das, egal, auch SPD-Politiker, CDU-Politiker, aber da gibt es immer viele aus der Masse heraus, die das nicht annehmen und diese gepflegte Diskussion nicht fortführen wollen. Weil das Problem liegt ganz einfach, um es einfach zu sagen, jeder, der intelligent ist, kann sich dumm stellen. Aber ein Dummer kann sich nicht intelligent stellen. Da ist es vollkommen recht. So ist es. Okay. Mir fiel da noch eine letzte Sache dazu. Ich hatte früher mal so eine Art Guru, was auch immer, bei denen habe ich Meditation und so ein Zeug gelernt. Und der hat irgendwann mal gesagt, du erkennst daran, ob dein Freund wirklich dein Freund ist, wenn du ihm sagst, ich will die AfD. Und damals, war ich noch ziemlich, würde ich sagen, eher so sehr links eingestellt. Und für mich war AfD wirklich absolut No-Go. Das heißt, das hat mich zum Beispiel, also ich habe es ihm in dem Moment nicht gesagt, aber das hat mich krass getriggert in dem Moment. Ich dachte mir so, okay, krass. Also meint der das jetzt ernst? Und das hat er mir gearbeitet und gearbeitet. Und das war für mich super wertvoll und wichtig, das irgendwie, dann da reinzugehen. Was habe ich eigentlich für einen Film? Also warum sind für mich, ich hatte wirklich den Film vor noch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, sieben, acht Jahren, das AfD-Wähler, das geht gar nicht. Das sind Nazis. Also ich war wirklich auf diesem Film. Ich habe wirklich gedacht, das sind Rechtsextreme und hatte da so eine absolute Antihaltung und dadurch, dass er mir so ein bisschen diesen Schlag gegen den Kopf gegeben hat mit dieser Aussage, hat das in mir gewirkt und nachgearbeitet. Also das war zum Beispiel eine sehr wertvolle Provokation, nämlich persönlich auch, wo ich die in eine Schicht angekratzt habe, die ich dann auch ablegen konnte. Ich glaube, was ganz, also was ich spannend finde, ist halt diese Möglichkeit, dass sie sich im Anderen erkennen, also dass mein Gegenüber, wenn es mir nicht, also wenn es böse ist, bösartig ist, wie auch immer, ich, wenn ich anfange, mich zu fragen, was triggert mich daran, also was ist das, womit ich in Resonanz gehe, dass mir das immer irgendwie auch, also weiterhilft, da sind wir bei Nikolai, mich selber zu reflektieren und meine eigenen, ja, blinden Flecken auch zu erkennen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, Nikolai, das, was du meinst, wenn du sagst, durch Provokation auch irgendwie eine Erkenntnis schaffen. Ja, ich meine, wenn du jemandem einfach nur sagst, ja, schau doch mal dahin und du gibst es ihm immer alles so ganz sanft und ruhig und hast du nicht mal nachgedacht, ob vielleicht auch, manchmal reicht das einfach nicht, manchmal braucht man irgendwie so einen kleinen Schlag in den Magen, damit man damit erstmal so ein bisschen beschäftigt ist und sich damit auch wirklich auseinandersetzt. Deswegen ist Provokation manchmal ein sehr legitimes Mittel. Ja, ich habe in einem buddhistischen Buch gelesen, die Menschen, die am schwierigsten sind im eigenen Leben, denen soll man am dankbarsten sein, weil man durch sie am meisten lernt. Aber, sag mal, es gingen auch viele Leute zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren in Sachsen auf die Straße und auf Demonstrationen und haben sich versammelt auf Plätzen, nicht nur um ihren Protest gegen eine bestimmte Politik der Bundesregierung auszudrücken, sondern auch um sich gegenseitig zu vergewissern, dass sie noch normal sind. Also, es geht auch manchmal darum, dass man einfach mal guckt, gibt es mehr wie mich oder bin ich solo mit meiner Meinung? Das ist ja interessant, sollte man schon mal verifizieren. Und das spielt auch eine große Rolle. Und dann kommt genau dieser Moment, wo jemand völlig Unbekanntes neben dir entweder auf der Kirchenbank sitzt oder aber auf der Demo ist und ihr redet ein paar Worte nur oder auch an der Kasse, wie mir letztens in einem Lidl passiert ist. Und dann redet ein paar Worte, man kennt sich nicht und hat sich sofort verstanden in dem Moment, in dieser Frage. Alles andere weiß ich nicht, aber in diesem Moment, in dieser Frage, das ist ausgesprochen hilfreich. Deswegen bin ich für persönliche Begegnung gerne gestritten, gerne gestreichelt, gerne provoziert. Alles ist dabei, einfach um sich zu vergewissern, dass die anderen nicht tot sind im Kopf, sondern dass die auch noch leben. Also halte ich für wertvoll. Wir haben eine weitere Frage hier im Publikum in München. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fairtalk. Ja, mein Name ist Josef. Hallo Josef, schön, dass du da bist. Ich komme aus dem Allgäu. Das Allgäu liegt auf dem Land. Während der harten Corona-Zeit begabe ich mich oft in die bayerischen Metropolen Augsburg, Nürnberg, München zu Corona-Demonstrationen. Bei diesen Corona-Demonstrationen vermisste ich die Generation Ü18. Die Anwesenden waren so Generationen 55 bis 85. Ich mit meinen 68 kam mir dabei richtig jugendlich vor. Vor zwei Stunden ungefähr hat der Gerhard Gross, ich zitiere, die Generation Ü65 hält das alte System am Leben. Darum die Frage, Herr Gross, wie kommen Sie dazu, zu dieser Fehleinschätzung? Nein. Also erstens, eine Schwalbe, auch wenn sie über 65 ist, macht noch keinen Sommer. Also nur weil Sie tabt, vermutig und aufrecht auf die Straße gegangen sind, wie viele andere auch, das bestreite ich nicht, muss ich dennoch die Wähler-Strom-Analysen jener Institute, die Hochrechnungen angefertigt haben und die Hochrechnungen trotz zehn Minuten zuvor stattgefundenen Wahlschlusses relativ gut immer stimmen, diese Hochrechnungen, obwohl noch vielleicht erst zwei Prozent der Wähler-Stimmen ausgezählt worden sind. Diese Wähler-Strom-Analysen glauben und diese Wähler-Strom-Analysen sagen mir in Österreich und in Deutschland, dass die Erwerbstätigen 18 bis 65 beispielsweise der AfD in all diesen Landtagswahlen den ersten Platz gegeben hätten, die Jungen vor allem den ersten Platz gegeben hätten und in Österreich es die Erwerbstätigen 18 bis 65-Jährigen bei der letzten Nationalratswahl vor zwei Wochen und drei Tagen tatsächlich gegeben haben. Und wenn es nach den Menschen ginge, die in Rente sind, Deutschland, bei uns heißt es Pension sind, dann wären entweder SPÖ, also Sozialdemokratie oder Christlich-Soziale österreichische Volkspartei konservativ an erster Stelle. Und das sehen wir, das habe auch ich, wo war ja vor zwei Jahren Bundespräsidentschaftskandidat in Österreich, bei uns wird ja der Präsident direkt gewählt vom Volk, ist eine Volkswahl. Wenn es nach den Jungen gegangen wäre, hätte ich 13, 14 Prozent gehabt und bei den Alten, also bei Älteren, wenn niemandem zu nahe trete, mache ich kein Altersmobbing, bin ich mit 2 Prozent sogenannt abgebissen. So, und irgendwo hat sich das auf 6 Prozent eingependelt. Also, du siehst schon, dass die Jungen, die Erwerbstätigen, mittlerweile einen unglaublichen Protest ausüben in einem höheren Ausmaß als die Älteren, die in Wahrheit aus dem Erwerbsleben sind und eigentlich nur froh sind, wenn sie ihre jährliche Pensionserhöhung kriegen. Und damit ist für sie die Geschichte erledigt. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie aus dem Allgäu hinter mir die römliche Ausnahme sind. Gratuliere Ihnen. Das ist ein Applaus wert. Unsere nächste Frage hier im Publikum. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fertalk. Guten Abend. Ich komme aus einer Blase heute hierher, aus dem öffentlichen Dienst, ein zweistündiges Meeting. Herzlich willkommen erst mal. Danke. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder in einer geschlossenen Gesellschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Sehr viel wohler als im öffentlichen Dienst, auf der Arbeit. Meine Frage geht an Jens Lerich. Und zwar, gibt es eine Idee, wie wir vielleicht doch noch meine Blase aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel hierher locken und ein bisschen streiten und wieder diese Gesprächskultur. Also nichts gegen Fertalk, aber konkret die Frage, habt ihr eine Idee, wie wir dieses Format noch ein bisschen in die Richtung für diese zweite Blase öffnen und ein bisschen streiten und wieder diskutieren können, wie es früher mal war. Ich erinnere mich noch dran, auch in den 37 Jahren. Habt ihr eine Idee, wie es weitergehen kann und vielleicht... Vielen Dank für die Frage. Also erst mal, das Format ist ja dafür offen und dafür stehe ich ja auch. Und es ist interessant, dass du das fragst, weil ich wurde auch eben gerade in der Pause von einem Herrn gefragt, der genau eine ähnliche Frage gestellt hat und gesagt hat, warum kommt denn die andere Seite nicht zu euch? Und wir können ja immer nur wieder sagen, wir können das probieren und wir können auch immer wieder sagen, wir sind offen. Also wir, und dafür stehe ich auch, dass ich sage, herzliche Einladung als an alle, die sich davon angesprochen fühlen. Wir haben nur in den ersten, ich würde mal sagen, knapp zweieinhalb Jahren von Fairtalk die Erfahrung gemacht, dass wir da unglaublich viel Energie reingesteckt haben. Also die Energie, die wir zur Verfügung haben. Wir sind nur ein ganz kleines Team, auch wenn das hier anders wirkt. Es ist wirklich jedes Mal eh ein Wunder, dass dieses ganze Projekt so läuft, wie es läuft. Und von daher haben wir dann irgendwann beschlossen und gesagt, also wir kommunizieren das und ich kommuniziere das auch immer wieder und sage, bitte meldet euch bei uns, kommt her, kommt an diesen Tisch, diskutiert mit uns. Aber wir können im Moment gerade nicht in der Situation, in der wir sind, jetzt jedes Mal wieder hunderte Einladungen aussprechen, die alle nur mit Absagen quittiert werden. Ich weiß, dass vielleicht nicht ganz zufriedenstellend ist, weil ich würde mir das auch anders wünschen. Aber auch da sind wir ehrlich in der Kommunikation. Das, was wir leisten können, versuchen wir zu leisten und immer wieder auch jetzt mit der offiziellen Einladung verbunden, kommt zu uns. Politiker aller Parteien, Referenten aus allen Bereichen. Wie oft haben wir es, um nur mal ein Beispiel zu nennen, versucht, Herrn Drosten einzuladen oder Mitarbeiter von ihm. Ja, aber auch da möchte ich gerne an der Stelle eine Anmerkung geben, dass es uns ja immer mal wieder in den vergangenen Jahren durchaus gelungen ist, jemand Kontroverses auch vom Mainstream an den Tisch zu holen. dann aber in den Kommentaren dieser Mensch meistens immer relativ heftig einstecken musste und auch hier im Publikum ziemlich viel Gegenwind gespürt hat, wo ich sage, wenn wir uns das alle wünschen, dann müssen wir auch da mehr offen sein und mehr auch sagen, okay, ich höre dem jetzt erst mal zu und buhe ihn nicht gleich aus oder vernichte ihn mit irgendeinem Kommentar unter dem Video. Das heißt, ich würde mal sagen, wir müssen auf eine bestimmte Art und Weise in die Diskussionskultur ebenso wieder lernen, wie es die, obwohl ich den Begriff nicht mag, andere Seite muss. Und da würde ich gerne ans Bewusstsein appellieren und sagen, lass uns versuchen, wenn es uns gelingt, Menschen an diesen Tisch zu bringen, die aus dieser anderen großen Blase kommen, dass sie dann sich hier auch willkommen fühlen. Und ich versuche das. Ich bin aber dann am Ende nur der Moderator. Und wie die Community und das Publikum reagiert, da habe ich in dem Sinne keinen Einfluss drauf. Also damit möchte ich einfach nur sagen, es ist ein Appell an jeden Einzelnen, auch das, was er sich wünscht, dann auch zu leben in dem Augenblick, wo es uns gelingt, diese Menschen an diesen Tisch zu bringen. Da möchte ich mal kurz was zu sagen. Ich persönlich sehe mich in keiner Form in irgendeiner Weise in die einen oder anderen Drecke getrunken. Also ich sehe mich als völlig neutralen Teilnehmer hier. So gesehen, das ist für mich ausgewogen, das ergibt sich eben so. Und also ich ziehe mir persönlich den Schuh jetzt nicht an, dass ich links oder rechts oder Mitte bin, sondern ich habe, ich sage, meine Meinung zu völlig unterschiedlichen Themen. Und die mag man oder mag man nicht. Und das ist ja legitim. Also ich finde das völlig klug. Wir haben ja auch in Kernfragen sind wir uns ziemlich ähnlich, aber dann haben wir dann plötzlich eine Geschichte, Verschwörung oder nicht Verschwörung, völlig andere Meinung. Und das finde ich, das ist gut so. Ja. Und wir können am Ende auch als Format, also wir sind ein kleines Internetformat, wie so viele wunderbare kleine Internetformate es gibt. Und wir können mit dem, was wir hier machen, können wir ja nicht alle oder das Kollektiv verändern, sondern es muss ja von jedem Einzelnen ausgehen. Von jedem Einzelnen. Von daher auch von dir am Ende, wenn du bei deiner Arbeit bist und mit Kolleginnen und Kollegen diskutierst, auch da an der Stelle eben offen zu sein und deine Meinung zu sagen. Also ich kenne dich jetzt nicht und ich schätze das mal so ein, dass du das vielleicht auch machst. Aber ich kenne immer noch viele, die das nicht machen, die halt unter vorgehaltener Hand dann sagen, ja eigentlich finde ich das ja total gut, was du machst, aber öffentlich würde ich das nie sagen. Und mit öffentlich heißt es gar nicht, dass ich eine Kamera einstellen muss oder mich in einem Fernsehstudio oder in einen Podcast setzen muss. Es reicht schon, es im eigenen Familienkreis erst mal auszuprobieren oder im eigenen Kollegenkreis. Es ist, ja. Ja. Haben wir eine weitere Frage heute Abend hier in München? Guten Abend, mein Name ist Binder. Hallo Frau Binder, herzlich willkommen hier bei uns. Also aufgrund des erlittenen Leids die letzten Jahre, das sich aus meiner Sicht vor allem daraus ergab, dass die Menschen eben en gros mitgemacht haben und ihren Beitrag getan haben zu dem System, das relativ dicht wurde, habe ich eine Frage zu der Stimmung, die eben speziell in Deutschland sehr auffällig und sehr dicht war. Und mich würde insgesamt Ihre Meinung am Tisch dazu interessieren, woran das liegt, also was das spezifisch deutsche Moment an der ganzen Sache ist, vor allem aber auch Ihre österreichische Außenansicht, Herr Kroos. Denn ich erinnere mich, dass nicht nur in der Schweiz Debatten stattgefunden haben, die nicht nur aufgrund der direkten Demokratie einfach in der Demokratie würdig waren, sondern eben auch im österreichischen Nationalrat Reden gehalten wurden, vor allem von der FPÖ, von Herbert Kickl, die zum Pluralismus beigetragen haben. Also woran liegt es, dass das hier so ganz und gar unmöglich war? Ihr lebt es in Deutschland leider Gottes in jenem Biedermeier, das wir in den 90er Jahren erlebt haben. Und da sieht man auch, dass in Deutschland die Debattenkultur tatsächlich über Jahrzehnte in der gesamten Nachkriegsgeschichte nicht so ausgeprägt war, wie sie bei uns in den 80er und 90ern bereits begonnen hat. Und das, was wir in den 90er Jahren erlebt haben, auch diese elende Polarisierung und dieses sich gegeneinander niederwälzen, im Menschen des anderen Standpunktes keinen Mitbewerber zu sehen, sondern ein Feind, den man vernichten muss und alles drumherum. Sondern das, was ich in den 90er Jahren erlebt habe, und das war ja in Wahrheit heute meine Eingangsfrage, was ich in den 90er Jahren erlebt habe, das habt ihr jetzt eins zu eins. Bis vor zehn, elf Jahren war das politische System in Deutschland mehr oder weniger geschlossen. Unter sich. Komplett. Es war immer ident. Es ist in den 80er, 90er Jahren bei euch wie bei uns sind die Grünen dazugekommen. Die haben wunderbar dazugepasst. Und damit war das System abgeschlossen, in sich abgeschlossen und hat sich in sich genähert. Und leider Gottes oder Gott sei Dank kam dann ein politischer Betriebsunfall dazu, aus Universitätsprofessoren entstanden und aus einer Euroskepsis, das plötzlich immer stärker geworden ist. Und diese Hegemonie dieses politischen Systems, das über Jahrzehnte funktioniert hat und in sich geschlossen war, gestört hat. Das war bei uns in den 90er Jahren Jörg Haider. Und dann begann dieser fürchterliche Abwehrkampf, dann begann dieser gegenseitige Hass, diese Polarisierung und alles drum und dran. Und dann begann auch dieses Gefühl, wir leben in einer metternischen Zeit, in einer Biedermeierzeit, nur mehr Flüsterparolen, Mama darf das nicht mehr sagen und alles. Und das habe ich in den 90er Jahren erlebt und das erlebt ihr jetzt. In der Zeitverzögerung von 30 Jahren erlebt ihr das, was wir vor 30 Jahren in Österreich durchgemacht haben. Für uns war es ein Befreiungsschlag. Und wenn ich nur noch einmal die Nationalratswahl vom 28. September in Österreich zurückholen darf, ganz kurz, dann ist bei uns die Wahlbeteiligung massiv gestiegen und die Freiheitliche Partei hat plötzlich Menschen in großem Stil aus dem Nichtwählerpotenzial geholt. In Wahrheit kannst du daher diesen Parteien dankbar sein, weil sie in Wahrheit ein Demokratisierungsprojekt sind und Menschen wieder in das demokratische Wahlspektrum zurückholen, die vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten sich aus der Demokratie verabschiedet haben. Aber wie gesagt, es ist ein schmerzlicher Prozess, um auch bei Ihnen zu bleiben. Ein schmerzlicher Prozess, ein langer Prozess, aber ich kann euch garantieren, es wird die Zeit kommen und das wird nicht lang dauern, vielleicht zwei, drei, vier Jahre, wo sich das auch hier normalisieren wird, weil eben jene, die sich derzeit im Abwehrkampf glauben, kapieren müssen, dass sie auf Dauer nicht gegen das Volk reagieren können. Das sind sehr utopische Aussichten. Nein. Das sind nicht utopisch. Wie gesagt, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es ist nicht so, dass wir heute 2024 auf die Welt gekommen sind, gottgegeben, ja, da bin ich der selben Meinung wie du, gottgegeben, aber wir müssen nicht das Rad neu auf ihn, nie, sondern wir können in Wahrheit aus verschiedensten Entwicklungen irrsinnig gut lernen und wir sehen, dass sich manches wiederholt und manches Gottlob nicht wiederholen muss. Also ich kann zum Beispiel vortragen, weil mir die Frage hat mich sehr beschäftigt, schon zu Corona-Zeiten und danach auch, ich erwarte eigentlich immer irgendwie eine Aufarbeitung und das passiert einfach nicht. In Sachsen werden Sie jetzt Ende nächster Woche dann zwei Anträge für eine Enquete-Kommission stellen, eins vom BSW, eins von der AfD, eine Enquete-Kommission machen zum Aufrollen der Corona-Zeit. Die haben die Mehrheit, die AfD kann alleine mit ihren Stimmenanteilen eine Enquete-Kommission einsetzen, die hat die nötigen Stimmen dafür. Die Frage ist, wird es ein Tribunal, dann werden sich alle verweigern oder wird es der Versuch sein, dass man sagt, diese Dinge dürfen sich nicht wiederholen. Das ist eine Frage, die habe ich schon mal erlebt, damals als es darum ging, wie geht man mit den Genossen von der SED um, nachdem die Mauer gefallen und die Regierung weggeputzt war. Dann hat man diese runden Tische gegründet. Da saßen zum Teil auch die Leute von der SED mit dran. Dann hat man trotzdem in den Parlamenten bestimmt eine Dekade lang mit denen kaum geredet. Die haben dann immer irgendwelche Therapiespiele im Gebirge oder beim Fußball gemacht, um als Gruppe Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Wer nicht in der Lage ist, Schuldiges zu bekennen aus sich selbst heraus, dem ist mit Vergebung wenig geholfen. Also das ist eine schwierige Sache. Und in Deutschland haben einfach zu viele Menschen mitgemacht bei diesem ganzen Scheiß. Entschuldigung. Also das ist ja wirklich schlimm gewesen. Es gab ein Mitläufertum erster Klasse. Die ganzen Blockworts waren wieder auferstanden wie die Zombies. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, dass sich die Leute so verhalten konnten. Wir haben in Sachsen, das ist jetzt ein bisschen geschichtlich sehr speziell auf die Region bezogen, aber beobachtet, dass vor allen Dingen die Zugezogenen, die in den 90er Jahren gekommen sind, um ihre Demokratie bei uns nachzubauen, wofür wir erstmal dankbar waren, bis wir wussten, was dahinter steckt. Nein, nicht ganz so schlimm. Aber die waren besonders dabei, uns nochmal zu sagen, das ist mit den Masken und so weiter und so fort. Sie haben aber Ihre Maske nicht richtig auf. Sie sagen, Sie haben doch eh nur auf, Sie sind doch geschützt. Reden Sie in Deutsch mit mir. Also da weißt du gleich Bescheid. Es war ganz furchtbar. Ich glaube, das haben zu viele mitgemacht und deswegen wird es keine vernünftige Aufarbeitung geben. Das, was man vielleicht schaffen kann, wäre, dass es genügend Leute gibt, die zumindest die RKI-Files und sowas alles in kurzen, kleinen Zusammenhängen erklären, damit mehr Leute verstehen, was passiert ist. Und auf der anderen Seite sollte man, glaube ich, gucken, dass man überall sich Gehör verschafft, wenn man sagt, die Grundrechte kann uns die Regierung gar nicht nehmen. Das geht gar nicht. Deswegen sind es ja Grundrechte. Dass sie aber so getan hat, als ginge es, hat damit zu tun, dass wir mitgetanzt haben. It always takes two to tango. Also da müssen schon Zweie mitspielen. Wir haben uns unsere Grundrechte nehmen lassen, obwohl es eigentlich gar nicht gehen darf. Also das ist ein Punkt, auf den ich da abziele, damit man eben beim nächsten Mal mehr Leute auf der Straße hat. Das ist aber am Ende wieder der Effekt, der eigentlich für alles gilt, dieses, es gibt immer einen, der es probiert und einen, der es mit sich machen lässt. Also muss der, der es mit sich machen lässt, sagen, ich lasse es nicht mehr mit mir machen. Und wenn genügend Menschen Aber dafür muss er verstehen, was passiert ist. Na klar, da fehlt dann wieder das, also das ist dann dieses Bewusstsein, sich bewusst darüber zu werden, überhaupt eine Alternative zu haben. Und dann kommt die ganz individuelle Begegnung, die wir heute schon mal hatten, zuhören, 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 war jetzt hier ein Beispiel. Dann kommt die individuelle Begegnung. Ich habe zum Beispiel mal ein Gespräch geführt, über vier Stunden in meinem Garten mit einer Dame, die war bei der SED in Dresden ganz oben an der Spitze und hat eine Menge Murks gemacht. Wir haben uns vier Stunden lang unterhalten, das war 2015 ungefähr. Und dann wurde vieles klarer und wir haben uns ordentlich voneinander verabschiedet. Das wird keine Freundschaft, aber man konnte sich ordentlich voneinander verabschieden, weil unter vier Augen war es möglich, etwas zuzugeben, was man öffentlich nie zugeben würde. Verstehen Sie? Aber das ist dann die individuelle Frage von Reue und Sühne und Vergebung. Aber in der Gruppe wird das nicht funktionieren. Die SED hat nie eingestanden, was sie veranstaltet hat. Die hat die PDS draus gemacht. Und aus der PDS wurde die Linke. Und aus der Linken wurde jetzt das BSW. Es sind immer dieselben Leute. Die haben 35 Jahre lang tapfer ihr Müsli gefuttert, damit sie jetzt nochmal eine Reinkarnation kriegen. Ja, war gut. Haben wir noch eine weitere Abschlussfrage heute hier in München? Ja, haben wir noch. Dann herzlich willkommen. Ja, ich bin Ina. Hallo Ina. Schön, dass du da bist. Heute Nachmittag? Ja, danke. Heute Nachmittag habe ich über das Thema nachgedacht. Sagen, was Sache ist. Und da fiel mir den Satz von Goethe ein, der mal sagte, das Was bedenke, mehr das Wie. Und meine Frage ist, wie sagen Sie, also an die Menschen, an die hier sitzen, wie sagen Sie, was in Ihren Augen Ihre Wahrnehmung Sache ist? Ist es ein Thema, wie Sie was sagen oder geht es nur um das Was? Weil, das möchte ich noch ein bisschen erläutern, ich denke, wir alle haben die Erfahrung gemacht, wir wissen was, wir wissen viel, aber wie sage ich das, dass das die Botschaft drüber kommt? Weil Botschaft bestimmt der Empfänger und da kann ich viel reden, aber wie schaffe ich es, dieses Was ich sagen will, auch zu transportieren? Danke für die Frage. Ich bitte um kurze Antworten zum Schluss. Also auf der Bühne, als Comedian sage ich, das ist für mich gerade übrigens nicht Bühne, also das ist überhaupt nicht meine Comfortzone, zum Beispiel hier in solchen Diskussionsrunden zu sitzen. Aber wenn ich jetzt auf einer Comedybühne stehe, da ist das wie ganz klar, einfach mit einer klaren Prämisse und dann ein Witz und dann noch ein Witz und dann noch ein Witz und das ist, wie ich das ausdrücke, was ich ausdrücken will und da ist das Was tatsächlich extrem sekundär, sondern es geht viel mehr um das Wie. Also es muss halt witzig sein, ich kann über verzinkte Pfannenwender reden oder über, keine Ahnung, irgendeine Weltelite oder was auch immer, es muss halt einfach nur witzig sein, das ist halt mein persönliches Wie und das steht sogar in meinem Fall über dem Was und ich glaube, das bringt dir gerade ehrlich gesagt nicht so viel, es tut mir leid. Es klang aber alles sehr sinnvoll. Das ist halt so, wie ich das mache, weil das ist halt mein Job. Also das Wie ist in dem Fall mein Job, das Was ist tatsächlich gar nicht so primär. Das war halt nur zufällig, während Corona halt sehr politisch, weil das halt in mir drin war und ich halt immer das, was in mir drin ist, wo ich mir denke, okay, darüber möchte ich jetzt reden, darüber möchte ich irgendwie Witze machen oder da finde ich einen Witz drin und das ist eigentlich schon immer irgendwie da und das Wie ist dann das, wo ich dann halt schreibe und bastel und ausprobiere und so und ich glaube, ja, das ist auf der Bühne so und im Zwischenmenschlichen mache ich mir über das Wie keine Gedanken, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich sage einfach, was mir gerade durch den Kopf geht. Manchmal, ja, gucken dann Leute kurz ein bisschen komisch, aber insgesamt geht es ganz gut eigentlich. Also ich glaube, ich verkopfe das nicht so. Herr Schwänzen, wie machen Sie das? Sagen, was Sache ist, ist für mich, über Themen zu sprechen, die im kleinen oder großen Kreis besprochen werden und meine Meinung dazu zu äußern. Mehr kann man dazu nicht sagen. Frau Hermenau? Also ich habe auch drei Bücher geschrieben und im ersten Buch war ich immer noch so bildungsbeflissen und meinte, das müssen doch eigentlich alle verstehen, wenn ich das jetzt aufgeschrieben habe. Dann bin ich in mich gegangen und andere kamen mit und dann haben wir das geklärt und 2019 habe ich dann ein Buch veröffentlicht, das in einem sehr humorvollen Ton geschrieben worden ist, wo ich also eigentlich auch deutlich mache, ich bin kein Menschenfeind von nicht einem einzigen. Ich passe auf, dass mir gefährliche Menschen nicht zu nahe kommen, die mir gefährlich sind, aber im Großen und Ganzen mag ich Menschen. Das war vielleicht die erste Erkenntnis, die auch mal für mir selber klar auftreten müsste. Und das zweite ist, ich habe dann mehr Fragen gestellt und mehr Witze eingeflochten. Genau, das ist völlig richtig. Mit Humor erträgt man so manche schwierige Situationen leichter. Es ist so. Aber verschwenden Sie ihn nicht an die Leute, die sowieso keinen haben und ihnen ihre Mission auf den Buckel binden wollen. Die können Sie dann gleich wieder ablehnen. Also das geht nicht grenzenlos. Es geht nicht grenzenlos. Das ist eine Illusion. Das ist ein guter Wunsch. Das möchte man gerne haben. Jesus hat es probiert. Aber ich sage mal, wir kriegen das nicht gebacken. Sondern man sollte gucken, dass die Kräfte so Spaß haben die Möglichkeit einzusetzen, aber dann in voller Herzlichkeit und voller Ehrlichkeit. Humor? Fragen stellen, Herr Groß? Ist das die beste Möglichkeit? Humor ist sehr wesentlich. Humor ist ein Transmitter, ist ein Gärmittel. Gärmittel brauchst du zum Brotbacken, damit es vertauerlicher wird. Humor ist mein Gärmittel, damit auch meine Botschaft, das Was, ich sage, vertauerlicher wird. Aber es gilt ein anderer Grundsatz. Das ist auch ein Grundsatz, aber es kommt ein zweiter Grundsatz dazu. Ich kommuniziere ja nicht zum Selbstzweck. Sonst könnte ich mir vor einen Spiegel stellen und mit mir selber reden. Oder mit dem Blumentopf. Gefährlich ist ja nur, wenn der Blumentopf mit dir auch zum Reden anfängt. Dann wird es ja happig. Aber ansonsten ist ja das Blumentopfgespräch, das einseitige, was ganz was Pfiffiges. Ich kommuniziere, dass mich andere hören und andere verstehen. Und andere auch in irgendeiner Form das nachvollziehen können, was ich sagen kann. Daher, ich spreche nicht zum Selbstzweck, sondern ich spreche, dass mich andere hören. Und daher lege ich Wert darauf, es so zu sagen, was ich mir denke und das ist meistens relativ unverblümt, sorgt immer für Aufregung bei der bayerischen Staatsanwaltschaft, die wir neuerdings hören, dass ich auch verstanden werde. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil Kommunikation ist kein Bahnstraßen. Ich denke, dem gegenüber Fragen zu stellen, das ist immer das, was gut funktioniert. Und über Fragen halt, sich ranzutasten. Wir haben mal einen Kameramann gehabt bei Fairtalk, der jetzt nicht mehr dabei ist, aber der, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, das war zur Corona-Hochzeit und der kam vom Öffentlich-Rechtlichen und hat dort eigentlich gearbeitet und war aber jetzt so inhaltlich, eher auf unserer Seite. Und dann habe ich ihn morgens beim Frühstück gefragt, wie er das macht, also wie er das schafft, damit klarzukommen. Und er hat gesagt, naja, es ist ja auch ganz wichtig, dass Menschen wie ich halt auch in diesem anderen System bleiben, um den Kolleginnen und Kollegen die richtigen Fragen zu stellen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich gedacht habe, ja, genau, das ist es. Zu predigen bringt gar nichts. Also predigen funktioniert einfach nicht. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Predigen kann man machen, aber hat letztendlich keine Wirkung. Was aber was bringt, ist, sich für den anderen zu interessieren, für die Meinung des anderen zu interessieren und dann geschickte Fragen zu stellen. Ja, und selber klar in seinen eigenen Aussagen zu sein. Nicht missverständlich und nicht interpretierbar, weil viele gerne den Ausweg gehen, zu interpretieren, was ich gesagt habe. Seitdem spreche ich oft in Hauptsätzen, klaren Bildern und passe auf, dass ich nicht interpretierbar bin. Dann müssen sie sich dazu verhalten oder weggehen. Das mache ich schon. Vielen Dank für diese Runde. Dankeschön an Antje Hamenau, an Kalli Schwensen, an Nikolaj Binner und an Gerald Grosch. Vielen Dank ans Publikum hier in München. Vielen Dank an die Produktion, an die Regie, an alle Kameraleute hier, an alle, die dieses Projekt möglich machen. Und wie gesagt, denkt dran, unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag, damit wir auch in Zukunft Fairtalk senden können. Gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Augenhöhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.